Herzlich Willkommen! Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt, Venedigs, die Metropole der Liebe. Hallihallo, Astroradio, am 22. Juli 2018. Heute verspüren wir die Leidigkeit und wir haben die Bedürfnisse nach Freiheit, Unabhängigkeit und wir leben auch die Kreativität und wir wünschen auch Erfolg und Anerkennung, das Beste zu sein. Tatsächlich haben wir gerade die Möglichkeit etwas Neues starten, was zum Erfolg führt. Das trägt Früchte und wir bekommen Anerkennung. Aber wir sollen noch zurückschauen in die Vergangenheit. Es ist noch etwas da, was wir entfernen sollen. Trennen, kündigen, loslassen. Das kann auch die Angst sein. Wichtig ist im Atem bleiben, weil das gibt uns gerade die Leidigkeit. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreis zeichnen Krebs in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Krebsgeborenen etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren. Und auch die Bedürfnisse wahrgenommen werden. Und tatsächlich werden die Krebsgeborenen gerade wahrgenommen. Die Gespräche sind auch sehr wichtig, gerade bei den Krebsgeborenen, weil sie haben die Bedürfnisse etwas klären. Die Tierkreis zeichnen Löwengeborenen ist wichtiges Thema. Die liebe Partnerschaft und genau das bringen sie, die Löwengeborenen, in Ordnung. Wichtig ist auch bei den Löwengeborenen die Werte und die Wertschätzung, aber auch die Finanzen. Bei der Krebs zeichnen Jungfraugeborenen ist eine gute Nachricht zum Erwarten. Es ist eine kleine Reise möglich oder ein Besuch von Bekannten oder Verwandten. Die Tierkreis zeichnen Wagengeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität und die Glück steht in der Seite der Wagengeborenen, weil sie haben gerade gute Chancen, Möglichkeiten für einen Neuanfang. Die Tierkreis zeichnen Skorpiongeborenen kommen Veränderungen und sie können mit unerwarteten Ereignissen rechnen. Bei Handlungen ist sehr wichtig, dass sie intuitiv handeln und sie sollen ihren Kreativität zeigen und im Leichtigkeit bleiben. Bei Tierkreis zeichnen Schützengeborenen ist sehr wichtig, gerade die berufliche Situation, weil das, was die Schützengeborenen in Ordnung bringen. Bei einigen Schützengeborenen ist möglich eine Fortbildung. Die Tierkreis zeichnen Steinbockgeborenen ist wichtig Thema, die Liebe Partnerschaft und jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Oder kommen die Erinnerungen. Die Tierkreis zeichnen Wassermanngeborenen befinden sich gerade in einer Wandlung und einem Reinigungsprozess, aber Neuigkeiten, unerwartete Ereignisse sind auch möglich. Bei Fischengeborenen ist wichtig eine Reise. Diese Reise kann Urlaub sein, kann aber eine inneren Reise bedeuten. Und ein wichtiges Gespräch ist auch zum Erwarten oder eine angenehme Nachricht. Die Tierkreis zeichnen Wiedergeborenen ist ein beruflicher Aufstieg. Und liebe Partnerschaft, da haben die Wiedergeborenen auch Glück. Nicht nur die Wiedergeborenen, sondern auch die Schützengeborenen. Bei Tierkreis zeichnen Stiergeborenen ist wichtig, die Bekanntschaften, Freundschaften zu pflegen. Und da kommen auch Veränderungen und neue Kontakte. Die Zwillingsgeborenen sind gerade im Rückzug und sie brauchen gerade die Ruhe. Und in Ruhe liegt die Kraft. Und die Zwillingsgeborenen planen etwas, aber momentan möchten sie noch nicht handeln. Und das war mein Hallihallo Astroradio nach indischen Astrologie. Ich bedanke mich für das Zuhören. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.